Ho 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 di do di Freude und Herzlich Willkommen Es ist Weihnachten und es ist wirklich Weihnachten Weil wir spielen ein Weihnachtsmini-Spielchen Und zwar Pakete schnappen Wir spielen Pummel-Pummel-Party übrigens Geschenke gau'n Jonas, ne? Pakete schnappen Ja, wir spielen Pummel-Party Für die, die es kennen, das ist Pummel-Party Es ist Mario-Kart Mario-Party! Es ist Mario-Patty Oh, der schütte gleich der Bot-Check Dann nehmen wir den Bot-Check alles weg Jetzt schütte der Bot-Check dich Und du kommst zu mir um, unglaublich Entschuldige, dann nehmen wir den Bot-Check alles weg Okay, Max, dann schütte ich bei dir Dann nehmen wir den Bot-Check halt weg Ja, warum musst du meins schüren? Ja, weil du meins schüren hast, ich hab mir nur meins wieder zurückgeholt Bot-Check schon bei mir, er verpiss euch Ja, weil du die meisten hast, oder? Ja, dann kann er jetzt bitte woanders hingehen Ja, geht eh, gehen wir zu ihm um mich Alter, schau wie er da drei hat, dann nehmt sie es ihm weg Ha, ist da zu scheiße Ha, ist da zu scheiße Das ist doch der Maxi weg, Einer Der Hund hat schon vier Ok, Bot-Check ist scheiße Der Maxi hat so ein Wichser und geh nur auf mich Das ist so ein dummes Spiel, Einer Es ist so dumm, Einer Du hast nichts gekriegt, aber er hat eine Shotgun gekriegt Du hast eine Shotgun gekriegt Nein, was war ich der Letzte? Ja, du warst der Letzte Also wir waren gemeinsam die Letzten Ja, immer warum Ah ja stimmt, aber warum hab ich die Shotgun gekriegt und du nicht? Weiß ich nicht Ignorieren Ja, ignorier es bitte Ah, schade Bist du uns einmal so ignorant, also Hm Ah ja Ah ja Ah, ich hätte schon gedacht, ich kann da gleich um mich, aber dann muss ich runter Ja, boah Ich hab mir auch schon fast gedacht Aber du bist, bist du auch weggegangen zum Leben? Ja Ja Aber es ist ja recht ein Scheiße, du hast beglebt, du kannst du da auch wegschauen Damit bin ich noch am nächsten, schau mal was Bot-Check macht Nein, ich muss wieder ganz rundherum? Ja, du musst ganz rundherum Also du kannst es eigentlich eh schon vergessen Pfff Oh Warte mal, hab ich nicht irgendeinen Scheiß-Trick, mit dem ich mal angreifen kann? Doch schon, ja Ich hab nämlich, glaub ich, Dendo, ja? Geht's jetzt aus? Na Na, schade Schade Äh Aber was Na, was Na, na Brauch ich nicht War eh weg das nächste Mal, wenn's ein Maxi flogen wüsst Komm, oida 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 Aber, aber exakt, oida Mhm Mein erster Keck, oida Gefolgt mir Gefolgt mir Damit Damit Bin ich in Führung Nein Da fuck, oida What the fuck Was das nun zählt Nice Dass das nun zählt, oida Aber Aber die Mechanik mit dem Wechsel ist doch echt, die, das ist doch richtig behindert Ne Das ist besser, oida Warte mal, was ist das Rufzeichen? Das ist der Wechsel Das ist der Wechsel Ah Jetzt bist du am nächsten selber, oida Ja, ja sicher Oh, der ist scheiß schon wieder Wie viele Minispiele haben wir eigentlich in dem In dem Scheinbar nicht viel Nein Ich glaube, es gibt schon Wir haben noch nicht alle, glaube ich Es gibt schon ein paar mehr Ich hoffe, dass wir noch nicht alle haben Ich mein, das ist auch so Glück, weil eigentlich Es geht darum, dass du eine bringst Und das ist ja Was soll denn das? Also ich spüle es mehr so Ich schaue, dass ich keine kriege Ja, ja, eh, ja Weil anders kannst du es ja nicht spülen Fuck Hey Was hat sie denn ihr für Schwänze, oida Oh ja, was ist denn das? Maxi ist ein Huhnbruch Oh Da kann man Das ist Kometenfeuer auf mich, oida Kometenfeuer auf meinen Nacken Wow, jetzt hat es geleckt Der ist jetzt gerade voll geleckt Ja Boah, der weiß hat beim Der ist ja gerade wieder voll geleckt Und Brocek hat Guna auch Brocek hat es vernichtet Ich glaube, er hat fünf gehabt oder so am Ende Boah Es ist am Anfang Die ersten 20 Punkte Ja Ist kein einziger Ball zu mir rüberkommen Obwohl ich mir so gedacht habe Was mache ich jetzt? Ich muss einmal berühren, dass es mal Punkt werden kann Also manche Minispiele sind schon nicht so geil Der wichser Und er hat schon wieder 30 Schlüsseln, oida Na Oida, was ist denn das? Immer wieder neben mir, oida Das ist so deppert Aber, aber, aber Eigentlich müsste ich jetzt am nächsten sein Ja, bin ich Ja, warte mal Die Die Ding geht nur Ja, die geht nur in dem Radius Ja, die geht nur in dem Radius Ja, die geht nur in dem Radius Also du kannst es nur in dem Radius bewegen Und ich glaube, in der Nähe Tut er dann Und Nur angreifen So, aber was mache ich jetzt? Ich kann auch nichts da Ich habe auch nichts Ach doch, ich kann was da Tut mir leid Ich muss So gut Ah, der ist nice Ah, das ist ein schön Ja, ich meine, das Ich hätte es normalerweise nicht da Es, ja Ich meine, voll Es, ja Schön und gut mit dem Umbringer Schön, aber Was hat es dir jetzt für gebracht? Ja, ich habe nicht Ich habe mich nur an die Regeln kreut Ich habe mich nur an die Regeln kreut Ja, nein Ich sage, ich weiß nicht, was man auch an die Regeln hält Sondern sie in die Kommentare schreiben Genau Schreibt sie in die Kommentare drauf, dass es gut ist Es verliert das Taktische Du spielst nicht mehr taktisch, weil du Das ganze Spiel ist Ja, aber genau dieser Wahnsinn ist doch das, was wir brauchen Das ist das, was die Leute zeigen wollen Ja, warum? Welche Leute sagen das? Wo steht das in einem Kommentar? Ja, aber Ja, eigentlich ist der Wahnsinn schon nicht schlecht Also ich muss sagen, das Taktische in dem Spiel kannst du sowieso vergessen Es ist Mario Party Es gibt nichts Taktisches in dem Spiel Da schon mehr als in Mario Party Naja, nein Das Taktische in dem Spiel ist, dass du die anderen umbringen kannst, ja? Ich meine, das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, dass es noch nichts Taktisches gibt Weil sonst hätte nie ich Der Bader gewohnt Also es war nie im Leben Keiner von uns zwei gewohnt Bitte? Hast du gesehen, wie die ganze Runde der Maxi fuhren? Boah, wir können aber nicht schon starten? Eben ja, und deswegen habt ihr gewohnt, weil ich mit ihm die ganze Zeit umbracht hab's Ja, aber das hat ja nichts mit Taktik zum tun Ja, aber das hat ja nichts mit Taktik zum tun Wann ich die die ganze Zeit umbring Oh, fuck me Boah, Alter, die Steuerung von diesen Autos ist Die Steuerung von den Autos ist echt Trottig Das hat so geschweine, oder? Achso, es geht weiter Ja, es geht auf Zeit Okay Ich bin voller wie ein Diesel Alter, ich boxe nicht, oder? Das ist voller viel schneller als die Miri ist, oder? Ich weiß nicht, wie ich da ziehen soll Ich kann da nicht, das ist unmöglich Du kannst dich nicht wirklich dran, ohne dass du vorst Ja, das ist es ja Ja, das find ich deppert Sonst geht's irgendwie Ich mein, es macht Sinn, aber es ist halt... Ach du Scheiße Als normales Rennvorspiel war das irgendwie Sicher nicht schlecht Das ist wie das auch noch, was wir auf der Gamescom da gespielt haben Was wir gratis bekommen haben Ja, stimmt genau Wie hat das Kasten? Wie war's denn? Wie war's denn? Aber die Steuerung war ziemlich genau gleich Wie war's denn? 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 Was? Wir haben gesagt, Items die werden verletzen Ja, oder? Ich hab ihn ja damit verletzt, dass er ganz weit weg vom Kelch ist Ich hab ihn seelisch verletzt, er muss die ganze Map rundherum gehen Okay, ja, 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 pass Mein Gott, ich wollte noch ein bisschen Mayhem in das ganze Spiel bringen, okay? Ist es eh, ist es eh immer noch Wie war's denn? Wie war's denn? Wie war's denn? I mean, er hat's verstanden Ja, er hat's kapiert, ich meine er hat's verstanden Ja, er hat ihn Und du bist tot, ja Er hat's voll verstanden Er weiß echt, wie man das spürt Und jetzt kommt er auf ein Rufzeichen, dreht das Ganze um und du brauchst nur einen Schlüssel rein. Ja, er kostiert. Schau. Gut, dann sehen wir uns holy shit. In der nächsten Episode dazu. Ja, ohne Schlabberin zahm du die meisten Schlüssel während sich der Schlabberin verändert. Schalte dich ohne Spiel aus, um Ihn Vorschuss zu verlangsamen. Aha. Machen wir wenigstens da, weiß ich nicht. Ohne Schlagen. Ah ja, man kann sich schlagen. Ja, wenn du meinst. Äh, man, das schaut sowieso sehr random aus. Aber okay. Gut, Freunde. Bis zur nächsten Episode. Like, Abo. Bitte Glocke läuten. Danke.